Die Telefonandacht Das haben wir gelernt, zum Beispiel bei der Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Aber hier spricht Jesus von seinen Brüdern, gar seinen geringsten Brüdern. Gibt es also etwa Nächste, Erster und Zweiter Klasse? Jesu Bruder und Schwester ist immer die Person, die den Willen tut des Vaters im Himmel. So drückt er es einmal aus. Und diesbezüglich haben auch Jesu Mutter und seine Geschwister umlernen müssen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder, fragt Jesus rhetorisch und streckt dann die Hand aus über seine Jünger und sagt, siehe da, das sind meine Mutter und das sind meine Brüder. Wer diesen Geschwistern Jesu Gutes tut, der tut es Jesus. So eng verbunden sieht sich Jesus mit seiner Gemeinde. Und es gilt aber auch das Umgekehrte. Wer seine Jünger bedrängt oder sie verächtlich macht, ihnen die Barmherzigkeit verweigert oder sie mit Schimpf belegt, der lehnt auch den Herrn dieser Jünger ab, dieser seiner Brüder und Schwestern. Also prüfen wir unsere Gedanken und unser Reden. Kränken wir doch keinen, der sich Jesus anvertraut. Und helfen und fördern wir die Schwestern und Brüder Jesu. Hier und auch weltweit. Paulus schrieb einmal, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Nein, da ist nicht einem Egoismus das Wort geredet. Einem Egoismus, wo man sagt, nur die Christen zählen. Nein, ganz anders müssen wir es sehen. Wenn Christen und ihre Gemeinschaft gestärkt werden, dann hat auch deren Umgebung einen Segen davon. Dann soll das auch ausstrahlen auf die Umgebung. Und das ist nun wirklich nicht zu verachten. Deshalb dürfen wir dieses Bibelwort uns auch gegenseitig als Erinnerung immer wieder zurufen. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, so sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Mit herzlichem Gruß aus dem Pfarrhaus in Gomaringen, Ihr Peter Rostan Und das ist nun wirklich nicht zu verachten.